Jetzt sind wir mitten auf einem Förderruhelfand in Paris. Sowas haben wir bei der Unterpfraß der Straßenbahn am Mazlensdorferplatz gehabt. 1960er, 70er vielleicht, 80er Jahre. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, das ist sehr lustig. Schaut, wie viel uns da entgegen kommt. Plakatwende. Lagos. Jede Menge. Da zeh ich euch noch schnell den Burmier in der Witz. Da schwimmen zwei Ägypten, zwei Burmier in den Ägypten durch den Niel. Und eine lacht, sagt der andere, was ist so lustig. Schaut, die haben da Luftmatratzen von Lagos. Und dann ist der Witz aus.